Zu freizügig fürs Netz? Carmen Geis wird als schlechte Mutter beschimpft. Denn solche Pics ihrer Töchter finden einige Follower nicht likewürdig. Die beiden Teenie-Girls, Davina 15 und Shania 14, posieren im Bikini. Und Carmen postet das auch. Sie und Robert Geis finden, das ist vollkommen okay. Also im Bikini klar, weil wir leben im Süden hier. Man hat da glaube ich eine andere Lebenseinstellung. Unsere Kinder sind ja im Moment im Teenager-Alter und die müssen sich jetzt ihre Hörner selber abstoßen. Und die müssen selber sehen, wie weit sie gehen, solange das Ganze nicht in eine pornografische Richtung abweicht. Na und das tun diese Bilder ja nun wirklich nicht. Außerdem könnte man ja auch denken, die beiden angehenden Models üben hier halt ein bisschen. Und was denkt ihr? Voll okay oder lieber sein lassen?